Das ist meine Katze. Sie heißt Kami und liegt gerade unter meinem Bett. Und ich hab gedacht, ich mach dir einfach ein Video draus. Ich hab keine Ahnung, warum er da unten ist oder wer. Und ja, ich weiß, er hat es runtergebrochen. Lass mich in Ruhe. Ähm, weiß nicht, warum er da unten ist, aber ähm... Komm her, komm, komm her, komm. Komm her, komm her, komm her, komm her. Mach was Süßes. Du bist gerade auf YouTube, du wirst filmen. Ich hab noch nie ein Katzenvideo gebracht, ne? Komm her, Kami. Komm her. Hallo. Komm, Magdorien, ich hol dich jetzt. Warte, wir machen Pause, Schnitt und dann hol ich den. So, ich hab es jetzt geschafft, ihn aus der Reserve zu locken. Ich hol dich jetzt mit Argo, man. Ich glaube, ich soll das kurz aufräumen. So, jetzt. Und jetzt steht, nein, ich wollte, du musst jetzt irgendwas Witziges tun. Kami, du bist auf YouTube, ich brauche Klicks. Guck, wir sind einfach süß zusammen. Hallo. Sag, was ist in die Kamera? Winke oder sag Miau. Kami? Du bist gerade ein bisschen unspektakulär. Das ist nicht gut für YouTube. Sieht man an meinem View? Das ist Miranicki. Magst du Miranicki? Guck, er guckt das Miranicki-Poster an. So, guck mal. Ist ja nicht knuffig. Aber ich glaube, er will gehen. Wenn er gehen will, dann müssen... Oh, er spielt bei meinem Schlüssel. Toll. Beobachten wir ihn. Ich sehe dich. Das ist alles, was du tust. Und auch gerade 570 Menschen. Hast du auch einen Fußfetisch? Anscheinend nicht. Nein, geh nicht! Was machst du? Warum bist du halb unten? Warum jetzt... Guck mal, wie er da hängt. Was tust du? Er überlegt sich jetzt, ob er runterspringen soll oder nicht. Tust du gerade die Pros und Cons abwägen, oder? Hä? Ich lasse es jetzt einfach weiterlaufen. Gib auf jeden Fall ein Like. Kami. Kami. Warte mal. Was machst du da? Warte mal. Ich muss noch mal eine... So. Ja. Das magst du. Ja. Hm? Ja. Du bist so flauschig. Flausch, 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 flausch. Au. Nicht beißen. Au. Au. Don't attack me. Pruu. Pruu. Au. Au. Warte mal. Ich mache jetzt den Zoom aus. Du. Du bist so flauschig. Bui. Buiuiuiuiuiuiui. Buiuiuiuiuiuiuiui. Buiuiui. Wie fokussiert er auf meiner Hand ist. Krass. Krass. Du süßes Katzi, du. Du süßes süßes Katzi. Süß. Stups. 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 Schubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubsch Hallo, machst du doch irgendetwas? Na auf, Mama. Dass dir das Licht nicht irgendwie in den Augen wirkt. Soll ich wieder aufs Bett kommen? Ich bin doch bestimmt langweilig alleine. Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, was machst du jetzt? Ähm, bitte nicht mit meinem Headset-Kabel rumspielen. Danke. Ne, nein. Nicht mit dem Headset rumspielen. Das war teuer. Kami, hör auf. Warte, ist das das Headset? Hör auf, Thomas. Stop. Nein, nicht in den Mund nehmen. Kami, bitte hör auf, mein Headset-Kabel zu zerbeißen. Geh von meinem Rechner weg. Da sind viele Kabel. Was war? Gut, ich habe in der letzten Zeit nicht viel gesaugt. Vielleicht riecht er irgendwelche Essensreste auf dem Boden. Das kann schon sein. Ähm, Kami? Bist du, bist du da? Die ganze Welt kann dich sehen. Was möchtest du da? Guck mal, das ist ein Wii U-Spiel. Und irgendwas ist ein PSV-Spiel. Da oben. Ja. Na, nicht die Kabel von der PSVR. Kami? Was möchtest du? Du kannst es nachher nicht leugnen. Die ganze Welt wird es sehen. Kami? Lass meinen Mülleimer bitte stehen. Was ist das? Ah, hör auf, da sind die... Nein, aus. Sind die, 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 die Kopfhörer von der Playstation VR. Bitte aufhören. Danke. Aufhören. Kami, hör auf. Nein, nein. Gut. Hör auf jetzt. Weg, weg von den Kabel. Weg, weg, weg. Ich meine, er ist eigentlich an dem Ort, wo eine Katze niemals sein dürfte. Kami? Jetzt schülzt du da unten. Oder wie sehe ich das jetzt? Ist unter der Heizung warm. Die ist nämlich aus. Es könnte dir nicht egaler sein, stimmt's? Nicht mit den Kabeln. Ich seh das. Ich seh das. Gleich ist das Video 10 Minuten lang, dann kann ich zweimal Werbung schalten. Geldgeil. Wuhu. Kami, ich würde sagen, wir beenden das Video. Jetzt kann ich zweimal umschalten. Das ist perfekt. Möchtest du noch irgendwie etwas den Leuten sagen? Außer natürlich, dass ich StudioLB abonnieren soll. Aber sonst? Nichts mehr? Bist du dir sicher? Die Kamera ist jetzt auf dich gerichtet. Überlege noch mal gut. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Ich danke dir für den Auftritt, Kami. Und euch fürs Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich. Allein schon weil ich eine süße Katze habe. Du musst mich abonnieren. Abonnieren. Guck. Er möchte auch, dass ihr mich abonniert. Stimmt's? Geldgeil soll mich abonnieren. Ja, abonniert ihn. Bist du dir sicher? Ja, abonniert ihn. Das ist toll. Also, abonniert mich jetzt. Danke. Ich nehme das einfach als Kanaltrader. Das ist eine gute Idee. Ja. Tschüss. Warte, du musst noch kurz winken. Okay, winken. Tschüss. 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 Tschüss.